Na, was ist denn das? Ein weiterer BMW iX? Und ich glaube, da bin ich mir relativ sicher, nicht mal der Kenner schlechthin weiß ohne das Schildchen, dass es sich hier um die M-Variante, nämlich dem iXM60 handelt. Dessen Markteinführung startet im Juni 2022 weltweit, kostet in Deutschland knapp 130.000 Euro, damit erstmal auf den ersten Blick knapp 30.000 mehr als der 50er. Aber wenn man die Ausstattungsunterschiede dann mal mit einberechnet, sind es nur noch 15.000. Und da ist die Frage, lohnt sich das? Der iXM60 ist der vermutlich erste Inkognito M, wo keiner so wirklich sagen kann, ob es der M ist oder nicht. Denn das Sportpaket gibt es auch bei allen anderen Ausführungen. Auch die 21 und 22 Zoll-Felgen gibt es bei allen anderen Ausführungen. Dementsprechend liegt der Vergleich mit dem 50er vor allem wegen Preis und Leistung nahe. Bei 385 kW bietet der 50er, 4,6 Sekunden braucht der, ist dann vor allem beim Verbrauch wesentlich besser unterwegs. Der iXM60 hat im Peak 455 kW, also 619 PS, allerdings nur im Boost. Eigentlich sind es nur 397 kW, maximal 1015 Nm im Sportmod, 1100 Nm bei der Launch Control. Und dann peilt man eine Sprintzeit von 3,8 Sekunden an. All das ist allerdings noch nicht komplett in Stein gemeißelt. Wohl aber die 250 kmh Vmax sowie plus minus die Reichweite von 499 bis 566 km laut WLTP. Die einzige Hardwareänderung ist die sogenannte M-spezifische Fahrwerksabstimmung an der Zweiachs-Luftfederung sowie an der Hinterachse ein stärkerer Stabilisator. Weiter serienmäßig sind die Hinterachslenkungen, die Sportbremse, 21 Zoll Räder und es gibt optionale Performance-Bereifung statt der serienmäßigen Öko-Bereifung. Wie auch bei den anderen Modellen bekannt, Stromerregte, Elektromotoren, die Hinterachse selber hat im Peak 360 kW bzw. 489 PS und damit 2,59 kWh pro Kilogramm. Das sind 130 kW mehr Leistung im Peak als der 50er. Die Vorderachse ist aber dieselbe mit 190 kW, also 258 PS und damit 1,96 kWh pro Kilogramm. Das gleiche bezieht sich dann auch auf die 70 kW Dauerleistung an der Vorderachse. Der Akku mit 105 kWh netto, 111 kWh brutto, wie gesagt, Reichweite ziemlich ordentlich, allerdings auch deutlich weniger als beim 50er. 11 kW AC-Serie sowie 200 kW DC-Serie. Damit soll er dann von 10 bis 80% in knapp 35 Minuten laden. Die im Verhältnis bessere Serienausstattung, die man allerdings dann plus minus mit knapp 15.000 Euro bezahlt, sind Head-Up-Display, Bores & Wilkins, Sound-System, Laserlicht, Komfortzugang, Sitzbelüftung vorne, Wärme-Komfortpaket und die Iconic Sounds mit M-Ausprägung. Nun ist aber grundsätzlich die Frage, lohnt sich das? Und die Änderungen am Fahrwerk sind doch eher etwas mau, dass die Fahrdynamik eines M vielleicht nicht unbedingt würdig ist. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen, was genau hinter der M-spezifischen Fahrwerksabstimmung bei der Luftfederung steckt. … … … Vielen Dank.